Hey, ich bin V. Erdings von den VR-Nerds und du hast eingeschaltet zu VR Weekly, dem Wochenrückblick auf die VR-Welt. In dieser Woche am Montag für euch da, nicht wie sonst immer am Sonntag und das wird auch weiterhin so bleiben. Das heißt, wir werden jetzt immer am Montag VR Weekly machen, einfach damit wir auch Sonntag mal etwas anderes tun können. Glaube ich zumindest. Okay, dann viel Spaß mit den News. Nachdem nun die GTX 1080 zum Kauf bereitsteht, hat AMD seine neue Waffe im Kampf um die Gunst der VR-Fans vorgeführt. Mit der RX 480 bringt AMD eine Grafikkarte für 199 US-Dollar auf den Markt, welche VR-ready ist und somit die Einstiegsgrenze der Kosten für VR-Hardware deutlich senkt. Leistungstechnisch soll die Karte etwas unter der GTX 1070 liegen. Besonders interessant ist natürlich auch die Verwendung von zwei Karten, mit denen man noch deutlich günstiger als mit einer GTX 1080 fährt und laut AMD eine ähnliche bzw. teilweise etwas bessere Leistung bekommt. Lange müssen wir auf die neuen Karten nicht warten, denn AMD möchte sie bereits Ende des Monats zum Verkauf anbieten. Mit der Unreal Engine könnt ihr nun eure eigenen VR-Welten innerhalb der Virtual Reality erstellen. Dies funktioniert natürlich nur in Kombination mit den Oculus Touch-Controllern oder den Controllern der HTC Vive. Dank dem VR-Editor könnt ihr somit direkt die Größenverhältnisse richtig beurteilen und erkennen, ob bestimmte Dinge in der virtuellen Realität Sinn machen oder eben nicht. Außerdem ist es natürlich ein großer Spaß, VR-Welten direkt im Headset zu erstellen. Somit wird aus einer Engine ein Erlebnisbaukasten für jeden Virtual Reality-Fan. Die Unreal Engine könnt ihr euch kostenlos downloaden. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Steam VR hat nachgemessen und Valve verrät euch, wie groß der durchschnittliche Platz eines Besitzers der HTC Vive für Virtual Reality-Spiele ist. Etwas verzerrt werden diese Informationen aber, da für die Rift nur ein Space von einem Meter mal einem Meter angenommen wird, da man ohne Oculus Touch-Controller noch keine Raumgröße festlegen kann. Generell zeigt sich aber, dass mehr als 50% noch eine Fläche von 2,5 Metern mal 2 Meter zur Verfügung haben. Das reicht für die meisten Room-Scale-VR-Erfahrungen aus. Kleiner sollte nach unseren Erfahrungen der Platz aber nicht sein, da man sonst Gefahr läuft, sich eingeengt zu fühlen oder die Controller gegen die Wand schlägt. Eigentlich fühlt sich Microsoft im Mixed- oder Augmented Reality-Bereich mit der HoloLens ziemlich wohl und hat bisher keine Ambitionen gezeigt, ein eigenes Virtual Reality-Headset auf den Markt zu bringen. Dies wird sich vermutlich auch nicht ändern, doch Microsoft möchte mit Holographic eine Schnittstelle für VR- und AR-Nutzer schaffen. Somit sollten sich Menschen in der virtuellen Realität mit Menschen in einer Augmented Reality-Umgebung treffen können und zusammen an Projekten arbeiten. Natürlich ist das gezeigte Video von Microsoft noch weit entfernte Zukunftsmusik, doch diese Vision könnte eines Tages Realität werden und Microsoft will sich schon jetzt ein Stück vom Kuchen sichern. Kommen wir zu den Kurznachrichten. Heute erscheint das Virtual Reality-Abenteuer Edge of Nowhere und verspricht Spannung und Horror bei klirrender Kälte. Valve veröffentlicht den Renderer von The Lab und stellt ihn kostenlos zur Verfügung. Somit könnt ihr ressourcensparend ähnliche Ergebnisse wie Valve in The Lab erzielen. Der Tabletop Simulator hat einen Support für die HTC Vive erhalten und bringt euch Spiele wie Schach und Co. in die virtuelle Realität. Alison Road wurde eingestellt. Die Gründe sind bisher nicht bekannt, doch das Horrorspiel wird definitiv nicht erscheinen. Dies gab der Entwickler via Twitter bekannt. Schade. Das war's auch schon wieder mit WeAreWeekly für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Wir würden uns darüber sehr freuen und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Woche wieder am Montag. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020